Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Seasons. Ich habe angekündigt, gestern kam kein Part, hatte ich im vorigen Part in Kommentare geschrieben. Ähm, ups, äh, dass ich kein, oh mein Gott, mein Ohr, dass ich kein Part gestern bringen konnte. Ähm, ja, genau so macht man das, Leute. So, ich will kurz mal in die Kiste reingucken. Und wir müssen die hier vernichten. Also komplett zerstören einfach. Wir nehmen die in die Hand und werfen die mit X weg. Ja, sehr gut. Weil das brauchen wir ja tatsächlich nicht mehr, also. Also was haben wir heute vor? Wir gehen jetzt erstmal, haben wir die Dings mit dabei. Äh, ich muss mal kurz was wegpacken. Äh, das packen wir dann mal weg. Einmal das. Und die brauchen wir jetzt auch gerade nicht mehr. Ähm. Wir gehen jetzt erstmal, erstmal bis zum 8. In den Wald. Ja, in den Wald-Dingens. Das habe ich heute vor. Trainer gebellt. Oh, ich habe es nicht mehr gefunden. Sehr gut. Ja, gestern, ähm, 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 Entschuldigung. Ähm, gestern kam kein Part. Und er war, ähm, Basketball, super. Und er war der Besuch. Die Dinger nämlich doch mit, die Bienenstöcke. Denn die mag der Bär. Ja, ich habe nachgeguckt. Alles. Ich habe auch eure Tipps, alle, alle, also eure, was die Leute mögen. Alles, alles markiert. Ähm, ähm, so, jetzt aber schnell, erstmal, erstmal schnell in den Wald. Wir haben nicht, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Um eventuell ein paar Käfer zu fangen. Äh. So, was haben wir hier? Eine Erz-Karte, super. Ich darf nicht, da ist noch eine. Das ist auch eine Erz-Karte, ne? Ja, das ist nicht so super. Das will ich nicht haben. Eigentlich. Da ist auch noch was. So, was haben wir hier? Eine Königslibelle. Ich weiß nicht, was wir haben. Er gibt keinen Schimmer. Was wir schon haben und was nicht. Dann müsst ihr mich entschuldigen. Ähm. Der Bär, ich kann das euch zeigen. Ähm, ich bin ja mit, ne? Ich habe die ja eben angesammelt. Der mag die hier. Bitteschön. Das gefällt dir scheinbar. Da bin ich aber froh. Oh, wenn wir gerade hier sind. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Okay. Okay. Okay, Nubita. Das ist ja... Sehr gut. Ja, wir haben jetzt... Da ist noch ein Käfer. Den könnten wir jetzt noch fangen. Wenn uns der Bär jetzt nicht nach vorne drückt. Ach, schon wieder eine Erz-Karte. Okay, das ist schade. Ja, ansonsten ist er nicht mehr. Nope. Okay. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dann... Äh, ich wollte gerade das da auf den Kopf setzen. Die... Die Melkmaschine. Ähm. Wo ist sie jetzt? Da. Mann, Mann, Mann. Dass ich immer suchen muss. Ja. Wir haben jetzt heute vor, äh... Ein bisschen... Äh, sortieren. Zack. Das ist eine normale Heulstrecke. Ein bisschen Sachen zu sortieren, was wir alles brauchen. Für... Um zu verschenken. Und das Eichhörnchen mag auch irgendwas. Mochte das. Aber das brauche ich ja für jemand anderes, glaube ich. Irgendwas war da. Das habe ich jetzt... Ich habe den Bär aufgeschrieben, aber nicht das Eichhörnchen. Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall... Habe ich hier eine lange Liste jetzt. Dank euch. Was die Leute halt mögen. Äh, und... Da werden wir jetzt ein bisschen sortieren. Im ganzen Schrank und so. Das mache ich jetzt mit euch. Ich wollte es nicht auch screen machen, weil irgendwie gehört das hier dazu, ne? Das Management. So, wir öffnen erstmal den Eisschrank. Okay. Das... Oh, wir müssen... Wir verkaufen erstmal... Warte mal. Äh, die Mandeln kommen rein erstmal. So, die Tiere verkaufe ich kurz mal eben. Das ist ganz wichtig, dass wir da Platz haben. Na, komm. Einmal öffnen, bitte. Zack, 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 zack und zack. Und den Ball, den können wir... Kann man den... Kann man den irgendwo hinlegen oder wie? Toll. Der liegt jetzt einfach da rum. Naja, gut. Ich will heute sortieren. Und zwar... Gucken wir erstmal hier rein. Was brauchen wir hiervon nicht mehr? Jetzt am einfachsten, was wir nicht mehr brauchen. Wir brauchen die Kuscheltiere nicht mehr, ne? Das brauchen wir nicht. Ähm... Die Blumen behalte ich mal eben. Kekse auch. Und ansonsten... Können wir hier alles gebrauchen, außer dem Stapen und dem Bär eigentlich. Aber komm. Komm, weg damit, ne? Weg damit. Verschwendet nur den Platz. So, das bringen wir auch mal eben kurz weg. Und ich hab geguckt. Ich hab nochmal geguckt. Ich war ja einmal kurz aufs Green... Äh, einmal kurz am Kühlschrank. Hab geguckt, wie viel wir von allem haben. Und wir haben, äh... Die roten Rosen, die Penta eigentlich braucht, äh, für einen Flora-Stuhl oder so. Und die haben im Kühlschrank. Die zählen halt nicht... im Inventar, wenn wir im Kühlschrank sind. Ah, wir müssen eben noch kurz Saat gucken. Wir müssen jetzt abgleichen, ein bisschen. So. Komm, weg, erstmal. So. Jetzt müssen wir erst mal abgleichen, was wir, was wir schon als Saat haben, weil ich hab, kann mir nicht alles merken. Also. Uff. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier noch ne gute Kartoffelsaat. Die hat... Äh. Wir haben zwei... Das ist Gurken. Zwei Stellen, dann brauchen wir die nicht mehr. Ähm. Komm, Gänseblücher und so müssen wir sowieso neu kaufen. Ähm. Einmal kurz sortieren. Mal rüber gucken. Einmal Erdbeere. Komm, das ist alles halbe... halbe Dings, ne? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh. Ich nehm mal mit. Vielleicht haben wir davon bessere. Genau. Die Rosensaat und die... Süßkartoffelsaat. Weizsaat auch. So, jetzt gehen wir mal gucken. Wenn unser Metall jetzt nicht voll ist. Ja. So. Wir haben... 18 Zwiebeln eigentlich. Äh. Süßkartoffeln haben wir schon. Ähm. Wir haben jetzt noch mehr Zwiebeln. Was soll man mit so viel Zwiebeln? Komm, weg. Ähm. Die behalten wir. Behalten wir auch. Bei Blumenkohl haben wir nur... Äh. Einen Stern. Die kann auch weg. Das müssen wir zu Saat machen. Das kann weg. Wobei. Können wir irgendwas mal aneinander kochen? Ah, Mist. Wir müssen einfach kurz was weglegen. Ich bin... Ich bin... Ich bin gerade sehr vorsichtig, dass wir nichts irgendwie... Äh. Wegballern oder so. Was wir vielleicht noch gebrauchen können. Deswegen. Wir können ja noch alle noch die Sachen rausholen. Aber komm. Die Zwiebeln brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau wie das hier. Und das. So. Jetzt müssen wir einfach was gucken. Ich will nämlich von den Besten natürlich die Saat herstellen. Ähm. Blumenkohl. Haben wir guten Blumenkohl eigentlich? Ja, wir haben zwei gute Blumenkohl-Dinger. Die machen wir gleich zur Saat. So. Was haben wir... Müssen wir nochmal kurz abschecken. Äh. Kartoffeln. Haben wir gute Kartoffeln? Wir haben jetzt zwei ganz gute Kartoffeln. Machen wir auch mal zur Saat. Und legen wir in die Box. Heute ist es ein bisschen organisatorisch, ne? Ihr merkt das schon. Aber muss ja mal sein, ne? Was ist jetzt schon wieder los? Lupita, es wird Zeit. Oh, hey, ihr beiden. Zeit wofür? Zeit, um diese Äpfel im Wald zu besorgen. Zuni ist fest entschlossen. Ich weiß schon, du hast sicher Angst vor einem Bärenangriff, oder? Aber keine Sorge, du kannst ihn mit der Luftkanone einheizen. Was für ein Sklaventreiber. Es ist gefährlich, aber als Gruppe sollten wir sicher sein. Na, wenn du das sagst. Ähm. Gut. Ich bin gerade zwar am sortieren, aber naja. Wenn wir jetzt zusammenhalten, kann uns kein Bär aufhalten. Okay, also immer schön zusammenbleiben, Leute. Eindringensalant, da ist unser pilziger Freund. Durama und Nubita, kümmert euch um ihn. Das muss ich mir jetzt einmal sagen. Luftkanone. Alles klar. Warte, Durama und irgendwas stimmt hier nicht. Du hast recht, er ist nicht hinter uns her. Bei näher betrachten, ist dieser Bär noch ein Junges? Wirklich? Hey, ich hab nichts zu fressen und jetzt hau ab. Ich glaube, er will uns etwas geben. Was ist das? Was denn? Oh. Das ist für mich? Ach du meine Güte. Das ist mein Taschentuch. Zweifels ohne. Es ist unersetzlich. Ein italienischer Designer hat das angefertigt. Hey, was ist denn los? Ich glaube, er will dir etwas sagen. Er wollte wirklich einfach nur dein Taschentuch zurückbringen. Da haben wir uns echt in die Nessung gesetzt, was? Dann waren wir die bösen Eindringlinge? Ach man, es tut mir so leid. Uns allen. Ich habe eine Idee, lass uns die Äpfel mit ihm teilen. Das klingt gut, das ist vielleicht eine kleine Wiedergutmachung. Kaum geben wir den Bären einmal Honig, ne? Tut uns leid wegen neulich und danke für so näheres Taschentuch. Bitteschön, es sind genug Äpfel für alle da. Du bist echt niedlich für einen Bären zumindest. Schmeckt's? Wow, wir haben einen echten Gourmet hier. Man sieht's, man sieht sich einer Sunio an. Hey, der Bär scheint Spaß zu haben. Was gibt es daran auszusetzen? Eigentlich nicht, ne? Das hat ein wenig länger gedauert als unerwartet. Ich sollte ins Dorf zurückkehren. Ah Mist, Reste will ziemlich wütend sein. Du solltest auch zu deiner Mama zurück, sonst macht sie sich Sorgen. Okay, wenn wir jetzt gehen, sind wir ja nicht allzu spät, also... Hey, warum hast du denn so ein langes Gesicht? Scheint, als wolle er nicht heimkehren. Vielleicht sucht er einfach nur Freunde. Aber weil er ein Bär ist, kriegen wir alle Angst und laufen weg. Das ist herzereißend. Dann lass uns Freunde sein. Selbst du hast hin und wieder mal deine guten... Selbst du hast hin und wieder mal deine guten Momente zu mir. Hey, das brauchst du mir nicht sagen. Ach, da haben wir den kleinen Kerl echt eine Freude bereitet. Wir kommen dich mal wieder besuchen, aber jetzt hau ab zu Mama, okay? Ich wollte nur sortieren. Ich hab mir jetzt nicht damit geredet, dass wir... Wir sind hier gestern immer nur in unserer Farm und eigentlich passiert ja nichts, ne? Aber jetzt gehen wir hier gestern hin und her und dann passiert was. Lustig. Okay, wir sollten uns ranhalten, sonst wird es echt spät. Verstanden. Mann, 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 ey. Da... Was? Jetzt schon wieder? Ich will ja sortieren. Was ist los? Alle Kuppel, was machst du? Einen kleinen Spaziergang? Ja, natürlich. Was ist das sonst? Ja, du auch? Bingo, willst du mitkommen? Ja, na sicher. Warum denn nicht? Okay, los geht's. Das ist sowieso typisch, ne? Wenn ich irgendwas vorhabe, dann... Dann... Immer. Hä? Doramon. Huh, wo ist der hier hingegangen? Doramon! Oh, hey, die Fußspuren von Anschein da drüben, rein. Da drüben hin. Sie scheint tiefer in... Gullivers Tunnel zu führen. Soll ich da reingehen? Ja, natürlich. Oh, was ist denn hier los? Wow, Doramon, alles in Ordnung? Oh. Hey, Nobita, ich bin hier hineingestabbert. Was ist das für ein Ort? In einem Baum? Gullivers Tunnel war neben einem Baum im Wald. Oh, war er das? Es gab auch Fußspuren. Ich folgte ihnen und jetzt sind wir hier. Möbel wie? Ich frage mich, ob hier wohl jemand wohnt. Ja, da ist doch jemand. Was ist das? Ist da jemand? Bist du ein Freund oder Feind? Bist du... Mein Name ist Rosaru. Ich frage mich nochmal. Bist du Freund oder Feind? Ich? Also, äh... Wir sind Entewichtel. Was bist du? Moment, sind das die Wichtel, von denen Mark sprach? Komm, wir zur Sache. Bist du ein Freund? Brauch mir deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob wir schon Freunde sind. Was heißt das? Ich bin ein Roboter aus der Zukunft, verstehst du? Ein Roboter? Hm. Sieh mal, wenn du uns helfen kannst, ist mir egal, wer du bist. Wobei brauchst du dann Hilfe? Wir lebten hier so friedlich wie nur möglich. Aber meine Freunde, sie wurden von jemandem entführt. Entführt? Mir fällt keiner in der Stadt ein, der so etwas tun würde, aber... Ich hab mir nicht einfach... Ich hab mir jetzt... Ich hab mir... Ich hab mir nicht einfach eingebildet, dass meine Freunde weg sind. Wie sehen deine Freunde aus? Das da ist Lilaloo mit einem Hut und Sogel mit einem Krug auf den Kopf. Himmler mit dem Riesenauge und dann Krakrü mit dem Pilz auf den Kopf. Das ist schon eine ziemlich lange Liste. Die Leute nutzen die Dinge, die sie tragen, darum wurden sie entführt. Lassen Sie es für ihn finden, Nobita. Ich flehe euch an. Ja klar, warum denn nicht? Und das an einem Part, wo ich eigentlich nur sortieren will, ne Leute? Also... Ganz herzlichen Dank. Und so ein Hund ist an seinem Herz lila. Sie verstecken sich. Ist einer nah, ruft? Sie verstecken sich. Ist einer nah, ruft? Ich sehe ein Wichtel. Ich sehe ein Wichtel. Okay, verstanden. Wenn wir glauben, einer deiner Freunde ist, nah, rufe wir diese Worte. Alles klar. Sie verstecken sich bei jemandem zu Hause. Seht überall nach. Okay, danke. Es ist so, bitte jetzt nicht nochmal was. Bitte nicht nochmal eine Cutscene. Ich möchte eigentlich jetzt gerade wirklich sehr gerne sortieren. Darf ich jetzt vielleicht mal... Hey Rambi. Ihr könnt hier ihre Welt besuchen, weil es so schön draus ist. Bitteschön. Ich habe zufällig einen Pudding noch dabei. Eigentlich kannst du sehr froh sein, dass ich den Pudding noch habe. Es ist heute, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Ich ignoriere die jetzt einfach alle, weil ich gerne... Ja, sortieren will, ne? Ey, wir sind schon kurz vor dem Ende vom Part, ne? Und ich habe gerade mal angefangen zu sortieren. So, irgendwas wollte ich doch in die... In die... In die Saatmaschine machen. Genau, irgendwas ganz Wichtiges. Die Kartoffeln auf hier... Genau, die zwei Kartoffeln. Da. Und die Blumenkohl. Das Blumenkohl. So. Es muss ja mal kurz... Wir haben ja schon Kartoffeln. Aber Blumenkohl haben wir noch nicht, oder? Ne, wir hatten nur schlechtes Blumenkohl. So, das kann mit. So. Ups. Das ist automatisch da hin tut, ne? Ah, wir müssen auch nochmal... Wir müssen alles nochmal sortieren. So richtig nach... Dingens. Wir haben auch keine... Ah, wir wollten gerade sagen, wir haben keine Rubike mehr, aber die haben wir ja mit. So, Kartoffeln brauchen wir jetzt alle nicht. Wir haben jetzt... Kartoffeln und Dings haben wir jetzt. Ähm. So, dann... Die Reste, die Saat würde ich... Können wir dann verkaufen, ne? Ich meine, das ist ja alles so halbe Sterne-Saat. Aber vorher... Penta? Ähm. Hallo Katze. So. Äh, ja. Und zwar Innendeko. Und zwar... Floral. Wir brauchen nämlich hier, warte mal... Rote Rosen, zwei Stück. Die können wir mal kurz eben holen aus dem Kühlschrank. Soweit ich weiß, sind das die roten Rosen, ne? Äh, Eisschrank. Da. Da waren sie doch. Entweder das... Ne, das sind Gartenlegen. Aber das hier. Rote Rosen. Siehste mal. Dann machen wir kurz mal einen floralischen... Dings. Gegenstand. Damit wir das auch haben. Hey, Panty-Else-Haus. Yeah. Äh, Innendeko. Ähm, 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 ähm. Floral. So. Was machen wir denn? Ach komm, ne Lampe. Oh yeah. So. Haben wir schon was florales Hergestellt gehabt? Okay, gut. Dann habe ich mich vertan, irgendwie. Egal. Mehr Licht. Mal ran. Ah, schön. Ah, genau. Die Saat können wir jetzt verkaufen, oder? Ähm. Bohnensaat haben wir. Ja, warte mal. Das ist zweieinhalb Sterne, ne? Ich nehme die beiden mal mit. Da muss ich mal kurz überprüfen. Das muss ich jetzt noch kurz, bevor der Part jetzt endet, muss ich das einmal überprüfen. Ob wir das die Saat haben. Dim, di, dim. Bohnen, äh, Bohnen, zweieinhalb, ähm. Ja, zweieinhalb. Und vier, äh, Kürbis. Kürbis haben wir voll. Okay, gut. Dann können wir die beiden Sachen wieder in den Kühlschrank packen. Und demnächst dann verwerten. So, Eisschrank. Weil das... Ich will das ja nicht alles wegschmeißen. Möchte auch eigentlich verwerten, ne? Uff. So, ich packe das nochmal kurz in die Dings. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ne? So, einmal hier alles rein. Zack. Äh, die behalten wir mal. So. Dann kriegt der gute Panther nochmal einen Keks. Und dann machen wir hier, genau um diese Uhrzeit, auch genau weiter. Also wir werden im nächsten Part genau hier weitermachen anschließend. Und dann bedanke ich mich für das Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Und abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.